Um Mindtest herunterzuladen, klicke hier auf zum Paket-Download. Die Datei befindet sich jetzt unter Downloads auf deinem PC. Jetzt verschiebst du die Datei am besten in einen Ordner, in dem du sie leicht wiederfinden kannst. Ich erstelle jetzt einfach mal einen neuen Ordner und nenne ihn Spiele. Dort verschiebe ich das Mindtest-Paket hin. Nun öffnest du die Datei, klickst dann in das Feld Alle extrahieren und wählst dann nochmal Extrahieren aus. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, hast du Mindtest erfolgreich installiert.